In einem fernen Land, weit weg von allen Imbissbuden, wächst ein kleiner türkischer Junge auf. Tarkan, Herr des Jüngers. Der kleine Tarkan wird von einer Affenmutter entdeckt. Als Tarkan enter wird, zweifelt er an seiner Identität. Tarkan, was machst du da? Warum bin ich anders als die andere Alten? Und du musst von mir gehen. Warum? Nein, in der Himmelschatzel gibt es weiter breit. In der Himmelschatzel gibt es weiter breit. Kein Döner. Ja, aber Jüros und Melonen. Jüros? Halt still. Ich hatte Jüros. Das weiß ich doch. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen dir einen riesigen Döner mit rotem und weißem Kraut, Tomaten, Zwiebeln, viel Hammelfleisch und alles in einem großen Fladenbrot. Mit alles. Komplett. Na, Tarkan, was würdest du dazu sagen? 6,50. Aber er hat weiterhin nur eins im Sinn. Döner. Doch die gibt's im Urwald nicht. Ah, ah, Tarkan, es gibt keinen Döner. Oh, lecker Döner. Das ist kein Döner. Das ist eine Honigmelone. Haha, sieht aber aus wie Döner. Hallo, Tantchen. Hast du was dagegen, wenn ich Tarkans Döner nehme? Melone. Hast du Probleme? Das wird Melone. Die Bärs. Und das wäre der Topstar in Deutschland. Dann lernt Tarkan Jane kennen. Oh, Schickerdö, Schickerdö. Oh, Schickerdö. Er schließt sich, sie zu retten. Aber dafür muss sie seine Frau werden. Ich höre mich entschlossen, dich zu retten. Aber dafür musst du meine Frau werden. Kannst du Döner machen? Schon nach Kurs nach Pfeif sind die beiden unzertrennlich. Jane, komm rüber, mach Döner. Was heißt, kann ich nicht? Hast du gesagt, du Gast? Die Schule hat zur Rübe gehabt. Ich hab Hunger. Und hör endlich auf die Schrei. Sonst gibt's ein Dönerwetter. Siehst du, Dönerwetter. Hört Tarkan seinen Döner bekommen, erleben Sie einen wunderbaren Film für die ganze Familie. Tarkan, ab Dönerstag im Kino. Hört Tarkan.